In einer Welt, in der eine unheimliche Finsternis den Menschen ihre Fantasie gestohlen hat, triffst du auf einen unerwarteten Freund. Hey, ich bin Flux. Und ein großes Abenteuer wartet auf uns. Folge deinen frechen Gefährten. In die fantastische Welt der Bilder. Begleite ihn auf seiner Reise und im Kampf gegen eine finstere Bedrohung. Erkundet wahre Meisterwerke und erfindet euch immer wieder neu. Bringt den Kunstwerken gemeinsam ihre Magie zurück. Und lüftet all ihre Geheimnisse. Schenkt ihnen neue Farben. Die Kraft zu leuchten. Und lasst die Welt erneut im Licht der Fantasie erstrahlen. Die Magoras. Die Rückkehr der Bilder. Abenteuer. Tod angenehmig. Geheimnis Bis zum nächsten Mal. Bedrohung. Und ich habe ein Job Das ist. Kasem, aber. Vielen Dank.